Ja, hallo Leute. Hier ist mal wieder Element of Art. Ich bin heute auf der Pfaueninsel, Peacock Island, und vielleicht sehen wir auch ein paar Pfauen. Sehr schön hier, wenn man mal die Fähre überstanden hat, da sind so ziemlich viele Leute immer drauf, verläuft sich das doch sehr schnell hier auf der Insel. Und keine Autos, keine Räder, nichts, keine Hunde. Also relativ ruhig zum Ausspannen und eine sehr schöne Landschaft. Das schauen wir uns jetzt einfach mal ein bisschen an. Alles klar, viel Spaß dabei, ihr wünscht Element of Art. Das roch werdet ihr noch leicht. Ich komme heute zum Ausproken. Wir haben uns jetzt intasse, dass wir unsere Einzige, die Musik in den Traineraien kreisen, um uns zu decken, oder? Ich kann mich mit einer. Ich kann euch mit seiner. Ich kann euch mit einer. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020